Verdammt, was ist los? Hey. Hey, willst du mit mir handeln oder geht's um den Pass? Handeln. Okay, ich verkaufe Felle und kaufe Schnaps. Ich habe nur die beste Ware und verlange die beste Ware. Gefeilscht wird nicht. Zeig mir deine Ware. Ich habe mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich habe dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die Einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die Einzigen, die dich über den Pass bringen können. Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zur Wilson. Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knarr wird die Felle gerne annehmen. Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Kannst du mir was beibringen? Für 50 Gold zeige ich dir, wie man jagt. Was kann denn schon groß passieren? Was ist mit dem Pass? Die Orks haben den Pass dicht gemacht. Nur wir Jäger kommen noch durch. Wenn wir dich da durchbringen wollen, müssen wir sicher sein, dass du der Richtige bist. Und es kommt noch schlimmer. Was soll ich tun? Ich will, dass du dieses Schattenläuferfell für mich verkaufst. Ich will, dass du es, Knarr, dem Ork vor der Burg verkaufst. Und ich will 500 Goldstücke dafür haben. Wo finde ich Knarr? Meistens steht er vor der Burg. Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist auch keine besonders große Arena. Was du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Aha, noch ein Fremder aufreisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Was für ein Geschenk? Für den großen Kahn. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Hat mich drei Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Also was war jetzt im Nordmar? Ach so, ja. Keine zehn Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig. Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. Tja, da haben die ein mächtiges Problem. Warst du schon in der Burg? Nein. Die Orks lassen mich nicht hinein. Khan ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Hi, was willst du? Ich hab gehört, du willst Fälle. Ja. Hast du Wolfsfälle? Ich guck mal nach. Willst du noch Wolfsfälle? Du bist ein guter Jäger. So jemand wie dich brauchen wir in der Burg. Ich will in die Burg. Wir brauchen keine Morras in der Burg. Wir brauchen Krieger und Jäger. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Was ist in der Burg? Khan. Er hat dort seine besten Krieger versammelt. Gemeinsam planen sie dort den Sieg über deinen König. Erzähl mir von Khan. Seine Feinde zittern, wenn sie seinen Namen hören. Er hat diese Burg erobert. Eure schwachen Paladine konnten ihn nicht besiegen. Nicht mehr lange und dein König wird vor ihm im Staub kriechen. Willst du dieses Schattenläuferfell kaufen? Zeig her. Der Jäger hat meinen Respekt. Es ist Ehre in diesem Fell. Wo hast du es her? Ich habe es selbst erlegt. Du lügst. Ich kenne dieses Fell. Es gehört Wilson, dem Jäger. Ich gebe es ihm zurück. Gib mir das Fell zurück. Das Fell gehört dem Jäger Wilson. Verschwinde! Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Ich halte hier die Stellung. Komm mit. Alles klar. Hey, pass auf. Es gibt eine K-Machinieder. Einige Dinge werden sich niemanden. Ja. Weg mit der Waffe. Lass sie looten. Eine gute Attacke. Ja. Hey, pass auf. Lass ihn bluten. Hey, pass auf. Ja. Lass ihn bluten. Mach ihn nieder. Eine gute Attacke. Ja. Mach ihn nieder. Ja. Lass ihn bluten. Au. Eine gute Attacke. Ja. Du Foul. Au. Halt! Keinen Schritt weiter! Noch einen... Wollt ihr wohl damit aufgehören? Ihr werdet nicht gekämpft, Mora! Merkt ihr das? Ja! Wollt ihr wohl damit aufhören? Wollt ihr wohl damit aufhören? Meine Knochen! Hör auf damit! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Oh mein Gott! Bleib still, Mora! Nächstes Mal bist du dran, Moral. Hört sofort auf damit! Ja, du nächstes Mal mit mir. Es gibt einen Kampf! Es gibt einen Kampf! Mach schon! Am besten du erhebst das Nächstes Mal bist du verschw- Hör sofort auf damit! Es gibt einen Kampf! Leute, gut so! Krieg ich dich doch noch! Jetzt gibt's den Kampf! Hör! 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 Da ist nichts mit zu holen! Scheiße, nicht mehr Gold dabei! Hör!